Die Lunge ist das Organ, mit dem wir atmen. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Auffrischung des Blutes mit Sauerstoff und die Entschlackung des Blutes von Kohlensäure. Während körperlichen Anstrengungen wird der Sauerstoff verbraucht und die Kohlensäure als Abbauprodukt des Stoffwechsels gebildet. Einer pumpeähnlich dehnen die Atemmuskeln die Lunge, um Luft durch Mund und Nase anzusaugen. Beim Einatmen der Frischluft vergrößert sich die Lunge. Es strömt sauerstoffreiche und kohlensäurearme Luft hinein. Die Lunge gleicht einem Baum. Der Stamm, die Luftröhre, verzweigt sich in die Äste, die Luftleiter, Bronchien genannt. Die feineren Zweige entsprechen den Bronchiolen, an denen wiederum die blattartigen Fortsetzungen, die Lungenbläschen, hängen, in denen der Luftaustausch stattfindet. Die Luft, die über die Nase oder den Mund eingeatmet wird, gelangt durch die Luftröhre in die beiden Lungenflügel. Unsere Atemorgane haben die Fähigkeit, Staubpartikel und Schadstoffe aus der Atemluft auszufiltern. Eine Reihe raffinierter Abwehrmechanismen verhindert das Eindringen dieser Fremdstoffe in die Lungen. Die feinen Haare an der Nasenwand filtern die Grobstoffe, die größer als 20 Mikrometer sind, aus der Atemluft. Die feuchten Nasenschleimhäute helfen, diese Stoffe an die feinen Härchen zu binden. In der Nasenhöhle verlangsamt sich die Luftströmung. An den Schleimhäuten, die als erste Klimatisierungsstufe dienen, passt sich die Atemluft der Körpertemperatur an. Die Atemluft strömt weiter durch den Kehlkopf. Die vorbeiströmende Luft versetzt die Stimmbänder beim Ausatmen in Schwingungen, wodurch unsere Sprachlaute entstehen. Die Luftröhre ist von der Nase bis in die Bronchien mit Schleimhaut ausgekleidet. Dieses Organ ermöglicht eine weitgehende Selbstreinigung der Atemwege. Hier in den oberen Bronchien wird der Grobstaub größer als 10 Mikrometer ausgefiltert. Die Bronchien sind mehrschichtig aufgebaut. Die äußeren Knorpelspangen geben den großen Atemwegen die nötige Stabilität. Nach der Luftröhre gelangen wir mit dem Atemstrom zur ersten Verzweigung. Aus dem rechten und linken Hauptbronchus gehen die Ober-, Mittel- und die Unterlappenbronchien hervor. Auch hier, auf dem Weg zum rechten Lungenflügel, wird die Luft von den Schleimhäuten gereinigt. Die Schleimhäute enthalten, neben den Flimmerhaartragenden Zylinderepithelien, Becherzellen, die Schleim produzieren. Die von den Schleimhäuten produzierte Substanz darf nicht zu zäh, aber auch nicht zu flüssig sein. Dieser Schleim legt sich wie ein Film über die Haut und die Flimmerhaare der Atemwege. Der Schleim dient der Filterung und Absorption von Feinstaub. Der Schleim wird mit den darin gelösten Feinpartikeln kontinuierlich in Richtung Kehlkopf befördert. Auch schädliche Gase aus der Umwelt, wie zum Beispiel Ozon, werden im Schleim gelöst und damit teilweise neutralisiert. Insgesamt teilt sich ein Bronchus ab der Luftröhre 22 Mal, bis die Alveolen erreicht sind. Die Bronchien werden nach jeder Teilung naturgemäss dünner und weisen vor den Alveolen nur noch Haardicke auf. Auch die kleinen Bronchien sind mit einem Teppich aus Schleimhaut und Flimmerhärchen ausgekleidet. Die Filterung der Fremdstoffe wird hier noch verfeinert. Partikel zwischen 5 und 10 Mikrometern werden hier ausgefiltert. Der Schleim bewirkt auch hier, dass mit der Luft eingeatmete Schmutzpartikel, Bakterien und Schadstoffe aufgefangen werden. Die regelmäßig und koordiniert schlagenden Flimmerhärchen bewegen so den Schleimteppich in Richtung Kehlkopf. In den feineren Bronchien, Bronchiolen genannt, fließt die Luft nur noch sehr langsam. Bereits sieht man die ersten Lungenbläschen, die mit zunehmender Verzweigung immer zahlreicher werden. Die Lungenbläschen, Alveolen genannt, sind umgeben von einem dichten Netz feinster Blutgefäße, den sogenannten Kapillaren. Der Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft wird durch die Alveolen in das Blut der Kapillaren übertragen und die Kohlensäure in die Ausatmungsluft abgegeben. Die Schicht zwischen den Kapillaren und der Luft, also die Hülle der Lungenbläschen, ist hauchdünn und für Sauerstoff und Kohlensäure durchlässig. Der Sauerstoff klammert sich an die roten Blutkörperchen. Am Anfang der Kapillaren ist das verbrauchte Blut aus den Organen des Körpers, welches vom rechten Herzen kommt, sauerstoffarm und kohlensäurereich. Am Ende der Kapillaren ist das Blut sauerstoffreich und kohlensäurearm und gelangt nun über die linke Herzkammer in den Körper. Die Lunge ist ein multifunktionales Organ. Sie dient der Reinigung unserer Atemluft und dem Austausch von für uns lebenswichtigen Stoffen in unserem Körper. Um diesem für uns wichtigen und faszinierenden Organ die Arbeit zu erleichtern, müssen wir nicht nur zu unserem eigenen Körpersorge tragen, sondern auch zu unserer Umwelt. Das Atmen von sauberer Luft ist für uns alle lebensnotwendig. Nicht zufällig nennen wir unsere Wälder, unsere grünen Lungen. Mit dem Spinn. Verrückende Stoffen